Sie bekommen nun zur Schöneurte Auswahl der Intermediate-Klasse. Sie haben alles heute sehr hoch angesetzende Unterreute-Textur. Sie betrafen unsere Sitzung in der Ausbildung und in der Vereinung dabei die Differenzen, die da sind, die auch in der Ausstattung können. Ja! Der Champion des Intermediates der Rasse Grande Suisse, der Nr. 650, Bernad Ville Vistag, der Interpeter in Linz. Eine sehr entscheidende, eine Schöneuter-Auswahl. Beides hier im Ring mit ausgezeichneten Eutern, sehr breiten Anreuter. Der Ausschlag mit der Schöneuter-Siegerin hat die Zitzenverteilung vorne gegebenenfalls etwas besser ist. Die Reserve gegenüber der Linken, die rechts. Wenn ich verlassen habe, dann sind das Zitzenausbild und die Zitzenlänge etwas gerechter.